Mit dem Erzherzog Johann Jodler, danach gehen wir zu der Weststeiermark, zum Posaunenkönig, dann gehen wir auf die Bürgölm nach Mariazö und zum Schluss haben wir die Storni mit der bekannten Sachsibolka und das alles gespielt von einem Herrn und jetzt auch die Bühne frei und gute Unterhaltung mit schönen Klängen aus unserer Heimat der Steiermark. Auf geht's! Musik 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 Und jetzt geht's dahin, nicht vergessen, eine Kostnabe von die Kernbrunnen, der Mosaunenkönig, auf geht's! Musik 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 Und aus geht's mit Durobus-Pay! Musik Und jetzt grüßen wir ohne Jäger und gehen auf die Fisch, auf die Bürgölm, wo gehen wir die ganze Jugend. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir geben die Hände nach oben und platschen gemeinsam. Und wir danken den Herrn Stadtrat für die Runde, die gekommen ist. Lieber Herr Kreuter, jetzt machen wir eine Zugabe für Sie. Und für den Herrn Kreuter geben wir noch einmal die Hände so Richtung Sonne. Für 10 Sekunden gibt es die Zugabe. Und da brauchen wir alle, okay? Achtung, alle klatschen mit. Und da brauchen wir alle, okay? Ja, 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 ja. Montag! 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 Wunderbar!